hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel stage of survivors ich habe gerade schon mal heruntergeladen ich habe das damals ja schon mal gespielt gehabt ist schon sehr lange zeit her auch ich muss mal saunter machen ich hoffe er findet meinen alten account noch obwohl er schon so lange nicht mehr benutzt war obwohl ich so lange eigentlich nicht ich glaube drei monate habe ich das letzte mal gespielt stage of survivors ich weiß es nicht mehr hat er nicht gefunden doch hat er gefunden ja perfekt meine stadt meine siedlung in meiner siedlung reingehen was ist denn hier los also wenn man länger nicht online ist dann wenn man angegriffen wusste ich gar nicht sich zum ersten mal cool aber wie sind sie reingekommen ist doch alles zu na gut egal wir machen wir weiter ich probiere wieder ein xl videos machen sind sie darüber geklettert aber man kann ja auch nicht einzeln was reparieren heilen 45 minuten ok so viel verletzt alle verletzt alle verletzt boah da kann ich ja jetzt eigentlich gar nichts machen wenn alle meine leute versetzt 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 verletzt sind was soll ich denn hier machen scheiße da habe ich vier suchungen da kann ich einmal suchen erneut suchen geht nichts ok weiter geht's weiter geht's einsammeln einsammeln einfordern 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 nächstes kapitel abgeschlossen das ging doch schnell das war bestimmt jemand hat mich angegriffen ich kann nicht angreifen, keine leute cool das habe ich auch noch nicht gesehen zum retten was ist das hier angreifen na gut ich gehe erstmal in meine stadt wieder rein ah hier tägliche prämien anmelden anmelden einsammeln tägliche prämien einsammeln täglich 5 spenden allianz 5 mal gespendet schon wieder also jetzt 20 mal also jetzt nochmal 15 mal mehr mal das hier einsammeln ist das Geld da ok oh einen neuen charakter habe ich gefunden cool dann heißt es ja die jetzt erstmal aufleveln level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 ich habe davon noch 721 warte kann ich da drauf drücken level 9 level 10 level 11 level 12 13 13 14 15 16 17 18 19 und letzte level 20 fertig befördert jetzt kommt der nochmal dran auch befördert den kann ich auch nochmal befördern nice ok das kann ich bei dir noch machen hier verbessern wir das hier einmal weil jetzt haben beide zwei und der jetzt auf drei perfekt ich würde mal sagen schon mal gut denke ich mal ich weiß es nicht schon wieder was zu orten pick up pick up nehmen wir mit hier sind wir da ist noch zwei sekunden bin ich da schauen wir mal was das jetzt für ein angriff ach so einer ja gut das ist ja automatik einschalten geschwindigkeit auf dreifache geschwindigkeit schwindigkeit 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 2. Welle 3. Welle Ich denke mal beide da nicht bauen müssen, der Computer, aber machte trotzdem. Ich denke mal einer hätte gereicht. Die haben noch nicht mal geschossen. Die sind schon vorher kaputt. Uiuiui. Da ist der Boss. Uah, guck mal wie schnell er sein Leben verliert. Das war ja leichter Boss. Und dort war ja leichter Boss. Zwei Missionen haben wir fertig. Ich wollte jetzt noch täglich spenden. Immer noch. Was ist denn hier? Oh. Dort steht ja alles einfordern. Oh, geht doch viel schneller. Spenden. Eins, zwei, drei, ja. Also 15 mal. So, 15 mal gespendet. Jetzt auf 40. Ich kann nur noch 5 mal spenden. Danach muss ich... Wie lang war das? Ich muss jetzt warten. Hm. Aha. 4 Minuten. Dann kann ich die nächste Spende machen. Gut. Dann kommt die Allianz Spende zum Schluss dran. Beschleunigen. Was ist das? Egal. Dann gehen wir jetzt auf Missionen wieder. Das machen wir später weiter. Jetzt kommt das. Ich schließe 3 Herausforderungen auf den Erkundungspfad ab. Hm. Bevor ich das mache muss ich erstmal meine Truppen wieder und da nochmal. Und da nochmal. Ich schließe 2. Ach nee. Noch nicht. Noch nicht Kapitel 2. Machen wir nochmal schnell Forschung rein. Wirtschaft. Kampf ist für mich erstmal noch nicht so richtig. Wichtiger ist für mich. Die wirtschaft das so alles läuft. Da kann ich nochmal suchen. Schauen was wir da finden. Alright. Bauplatz 2. Kostet Geld. Brauchen wir nicht. Hier kann man auch schnell was einfordern. Einfordern. Das war es auch. Ah. Da ist noch was. Gut. Postfach. Krieg. Da haben sie mich angegriffen. Im Februar haben sie mich angegriffen. Äh. Februar. Im April haben sie mich angegriffen. Ja. x es. x es. x es. x es. x es. Immer der gleiche. x es. x es. Nee das. Russ. Das war. heil. Das war. najaaa .. einsammeln. 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 Einsammeln.. einsammeln.. hab ich noch mal Glück gehabt. das ist bestimmt schon etwas abgelaufen noch sieben tage einsammeln 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 abgelaufen abgelaufen wie viel da abgelaufen ist berichte einsammeln alles löschen die lassen wir da die haben wir uns angegriffen und hier finden wir nochmal oh jetzt kann ich es machen das schön ok erneut suchen erneut suchen schön einfordernd aber jetzt machen wir den hier schließe drei herausforderungen auf den erkinderungspfad ab abgeschlossen 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 ja das ist die die ich brauche nicht drücken, nur gucken nur gucken die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, da ist der Bosskampf jetzt Okay Okay Achso Ich kann hier drauf drücken Rausschmeißer und den anderen dafür einstellen Aber das brauche ich ja nicht Hat man ja gerade gesehen, ich habe es geschafft Mit meinen drei Helden Und Angriff Ja, steve da Das war's für heute. Das war's für heute. Gleich kommt nochmal der Boss und dann hoffe ich dass das auch geht mit dreimal abschließen von den Erkundungstour. Hoffe ich. Wenn nicht, dann war das ein Witz. Boah das war ja richtig knapp. Weiner war der erste gestorben. Dann schauen wir mal. Mission. Oh das hat gereicht. Schön. Upgrade Gebäude. Auch fertig. Das machen wir später weiter. Schließt du fünf Herausforderungen ab. Schon wieder? Jetzt noch mal zwei weitere. Ich möchte das hier gerne machen. Ah ok. Ich kann wieder zweimal suchen. Nein. Noch einmal. Egal. Kann ich das beschleunigen? Fangen wir mal unten an. Fünf Minuten? Nein. Eine Stunde. Vier Mal. Oh habe ich sogar. Nice. Ähm. 18 Minuten. Minute. Da. Nehmen wir den E noch. Dann nehmen wir D2 noch. Und D. Level Up. Schön. Ah jetzt komme ich weiter. Gut. Ich hoffe dass meine Helden das auch schaffen werden. Gerade wäre ich ja schon fast gestorben. Aber sicher. Das werden sie es schaffen. Zweite Welle. Zwei. Oho. 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 Dritte Welle. Und die sind alle da oben. Die war aber schon hart, würde ich mal sagen. Die erste. Die zweite Welle. Die dritte Welle. Bauen Sie ihn hier. Oh. Was macht der komplett da? Rennt hin und her. Na ja. Trotzdem gewonnen. Perfekt. So. Dann gehen wir jetzt. Wieder eine Mission rein. Einfordern. Machen wir später. Schließe fünf Spionage Missionen ab. Zwei habe ich schon. Also noch drei. Den. Okay. Und den. Das war kein Spionage. Das war. Das war. 37 Sekunden. Das schaffe ich. Meine Hellen sind hier wieder am Blinken. Oh. Ich habe den nächsten. Aufstehen. Hallo. Ach. Den hole ich jetzt gerade ab. Oh. Okay. Wenn ich den nehme. aufstehen. Und fertig. Na. Kann ich noch was machen? Oh. Der kann weiter leveln. Das ist ja cool. Okay. Also nicht. dem kann ich weiter leveln. Und. Den kann ich auch weiter leveln. Jawoll. Den kann ich jetzt auch weiter leveln. Na. Also das sind jetzt meine beiden schlechtesten, also die sind zwar 23, aber die sind nur blau, nicht eben mehr ebisch. Postfachbericht Einsammeln Rucksack nutzen Das soll ich machen Hallo Fünf Minuten Marsch Was war das? Gar nix Gut Ein bisschen schafft Tada See you later alligator Und wir machen jetzt hier das nochmal auf Noch mal was suchen Noch mal was suchen Einforder Einforder Ein 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 entfernen, entfernen, davon kann ich dir nicht zureisen, du kannst keinen hellen der Zeit wahr zu weisen ok ein griff Warum kann ich die nicht zuweisen? Wie ist das? Ach so! Einladen? Einer von 20. So, ich kann 20 Leute eingreifen lassen oder einladen lassen für die Raid. Wo bin ich eigentlich? Bin ich das? Nein! Einladen? Einladen? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Na los, kommt schon 10 Sekunden Abgebrochen, weil keiner mitgemacht hat Okay, also alleine geht das nicht Zwei Talente habe ich noch Die nämlich in Wirtschaft rein VIP Einfordern, okay Da kommen meine Leute Postfach Einsammeln, schön Jetzt in der gelbe Ein paar Sekunden warten Und vier, drei, zwei, eins Und den nächsten Landgriff Marschieren Gehen wir hier mal auf Wissenschaft, Forschung Ich mach mal wieder Vollbild rein Wissenschaft Sieben Einzahlen, neunhundert 100 Reichen zum Einzahlen Red Dog Nutzen Nice, die nächste Mission fertig gemacht Spionage Endlich Das kommt später dran Schließe 10 Spionage Dann kommt jetzt der dran Ach, die sind immer noch unterwegs Ach Mensch Was haben wir hier noch Forschung Entwicklung Oder Kampf Wissenschaft geht jetzt gerade nicht Also geht es zwar schon, wenn ich da draufgehe Aber es wird immer hier vorgeschlagen Eins von den beiden ist besser Dann gehe ich jetzt auf Kampf Ich brauche Unterstützung bei der Forschung Dann gehen wir jetzt wieder auf Missionen Spionage Missionen Da wollte ich hin Ah gut Sind schon zu Hause Zwei Minuten dauert das Dann kommt jetzt die nächste Okay Okay Heilen Truppenheilen Sind schon alle heilen Ah ne Der heilt noch 3.150 Wenn geheilt Nicht schlecht Heilen Training Ja das läuft ja noch 5 Minuten Jetzt sind die auch fertig Sammeln sammeln Ah ok Bei mir ist jetzt nur noch alles was ich machen muss draußen Ich kann mal schauen was ich jetzt noch spenden kann Drei mal Drei mal Naja Eins Zwei Drei Jetzt sind wir wieder warten Wie lange war das? Zwei Minuten Postwoch angucken Gewonnen Gewonnen Nahrung Holz Metall einsammeln Einem Verbündeten geholfen Das ist auch nice Zerstören Warum soll ich den Baum zerstören? Die Truppenheil ist fertig Spenden dauert noch ein bisschen Noch zwölf Mal Spionage Mission Oh an der Grenze Das waren gerade andere Leute die ich losgeschickt habe Forschung Und jetzt Gehen wir wieder auf Kampf Wo bin ich denn? Da bin ich Oh ich bin ja noch nicht bei der schlechteste Kampfkast 1,2 Millionen Da sind ja noch viele Die sind schlechter Ach nee ich möchte nicht beschleunigen Das sind immer noch unterwegs die Das ist Jawohl, die sind gleich da. Und? Bin ich? Sieg? Ja. Jetzt muss ich auch noch warten. Ich muss erst ein Monster Level 8 töten. Suche. Erlacht. Postfach. Noch eins an mir, was ich gerade gewonnen habe. Missionen. Spionage. Ich habe irgendwie wieder einen Frosch im Hals. Training abgeschlossen. Training. Die Nächsten gleich trainieren. Oh, hier die Nächsten abgeschlossen. Heilung. Auch gleich die Nächsten trainieren. Wir brauchen noch 11 Minuten. Gehen wir mal zur nächsten Forschung. Gehen wir wieder auf Kampf. Allianz. Krieg. Solo. Gehen wir mal. Gehen wir mal. Gehen wir mal. Gehen wir mal. Dann geht es weiter. Missionen. Infizierten töten. Ich probiere das nochmal. Warte mal. Warte mal. Ja, machen wir erstmal den. Aber warum als Rallye? Ausgleich. Kann ich den nicht als... Zurücksetzen. Ausgleich. Kann ich den nicht als... Zurücksetzen. Ausgleich. z. Togmoos. Wo ist denn der? Togmoos. Togmoos. Da. Togmoos. Und... Da. Und als Nummer... 3 lade ich. Ich glaube Wispa hieß der der gerade noch online war. So dann gehe ich mal in meine Stadt wieder zurück und da gerade etwas fertig geworden. Kampfforschung. Ja. Das mache ich jetzt so. Da ging es gerade noch nicht weiter. Missionen. Spenden muss ich gleich noch. Spionage Missionen. Ach es geht wieder nicht weil ich wieder eine Rallye angemeldet habe. Aber was anderes kann ich machen. Hoffe ich. Das läuft. Das geht gerade nicht. Ich greife einen solchen Sohn an. Da muss ich erstmal die Kleinen hier angreifen. Ne den Großen. Das geht gerade nicht. Das geht gerade nicht. Nein, geht leider auch nicht, ich brauche drei Leute. Okay, kann ich das hier beenden, so, Nahrung finde ich zur Zeit keine, Holz auch nicht, und, ich denke mal, Stahl bestimmt auch nicht, oder Metall. Ach Mensch, wo ist meine Basiskarte? Da bin ich. Da ist meine Siedlung, genau. Bei mir in der Nähe ist kein Holz, doch da ist doch was. Sammeln. Warte mal, nochmal brechen. Sammeln und los. Na, geht nur zwei, kein Problem. Zehn Minuten sammelt er jetzt Holz. Labor erwartet wieder. Kampfforschung. Und jetzt kommt noch Mission wieder dran, das ist ja wieder fehl geschlagen. Spionage. Hm, ich würde doch Spionage machen, nicht spenden. Sieben Minuten warten, dann kann ich wieder spenden. Missionen spenden, dafür noch zehn, das dauert bestimmt noch eine Stunde, mal zehn Minuten, für eine Spende, also zu lange, eine Stunde, bisschen länger. Die Spionage abschließen. Die neuner Gruppe. Die neuner Gruppe. Abschleunigen. Zack. Fertig. Wildnis. Ach, Wildnis. Mission. Spionage. Noch mal forschen. Los, drück eine drauf. Es sind doch zwei Leute online. Mit Level 12 komme ich dahin. Mit Level 15 dahin. Gut, dann haben wir jetzt die eine Quest auch noch fertig. Ne, doch nicht. Ich dachte, da wäre auch noch eine Quest mit Hierika. Forschungslabor fertig. Labor. Forschen. Und. Oh, wieder Wirtschaft. Und. Oh, wieder schafft. Schneller, schneller, schneller. Ich habe nur vier Minuten Zeit. Kommt schon. Ach, geht doch. Da jetzt forschen. Jawohl. Auf Entwicklung. Beschleunigen. Ach komm, machen wir so. Reicht das jetzt? Nein, es reicht noch nicht. Beschleunigen. Aber jetzt so, oder? Ich habe noch zwei Minuten. Ah. Immer noch nicht. Ach, da fahre ich ja genug. Und jetzt so, reicht das jetzt so? Es reicht immer noch nicht. Ach, da fahre ich noch nicht. gleich ist die Zeit abgelaufen und ich habe es immer noch nicht fertig Truppen senden schneller da komme ich jetzt nicht mehr weiter na super das kann ich vergessen umsonst die ganzen Tränke ausgegeben so ein Mist so ein Mist so dann schaue ich jetzt mal bei Missionen was ich da machen kann ich glaube es geht nichts mehr ich kann nochmal hier spenden spenden wir mal was das war es schon wieder jetzt muss ich 8 Minuten 30 Sekunden warten bis zur nächsten Spende nächste Mission Spionage abschließen größeres Spionage Feld um eine nächste Gruppe loszuschicken muss ich weiter forschen warum sagt er nicht von vorn rein bis wo ich mal muss kann man ja sagen das schaffe ich auch nicht ich denke mal dass das hier erhöht die Anzahl der Truppemärsche bis dahin müsste ich das machen und hätte ich sowieso nicht geschafft gut dann oh die eine Truppe ist wie er zurück ach jetzt ist er schon fertig schade aber dann können wir nochmal zum Spionage Feld gehen und marschieren eine Minute gehe ich mal in ein Postfach rein, Bericht anschauen, Holz schön allerdings muss ich jetzt ich muss ja 250.000 Holz 64.000 Holz habe ich erst verrückt also die drei Sachen die dauern müssen lang das schaffe ich heute nicht ich probiere jetzt noch einmal die Spionagefelder freizuschalten die erweiterten aber dazu muss ich erstmal den 1 Zombie besiegen Wirtschaft Mission Spionage Mission Intel verbessern ok es verbessert mein Spionage Mission Feld bringt nichts jetzt muss ich ein Level 10er Zombie besiegen ich kann ihn noch mal kurz drauf drücken um zu schauen aber das war ein 10er infizierter Level 10 Level 10 suchen und zack da sind wir ich gehe zurück in 5 Sekunden ok und Angriff marschieren Maschieren Maschieren Allianz vor oder die Mission, Spionage Jawohl 16 Geht nicht, ich muss erst 11 töten Ja gut, das würde jetzt auch ein bisschen länger dauern, mich durchzukämpfen Also das geht nicht, da komme ich nicht weiter, muss ich warte ein paar Stunden Da müsste ich in einer Raid sein Warum muss das eigentlich in einer Raid sein, kann ich den nicht solo angreifen Guck mal, der hat nur 300.000 Ich habe über eine Million Angriffskraft Ich habe über eine Karte Okay, Jäger, Infanterie und Fahrer mit allen Angreifen, was ich habe. Level 1, Level 2, Level 3. Und Marsch. Wirtschaft. Jetzt bauen wir nochmal alles aus. Heilen. Fahre schon 5 Minuten. Ach nee. Alle in Arbeiten. Wird auch gebaut. Ist auch in Arbeiten. Gut. Oh, ich werde unterstützt. Nice, nice, nice. Jetzt möchte ich mir den Kampf mal anschauen. Das muss jetzt noch sein. Den möchte ich angreifen. Okay. 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 Oh, ich greife nur mit 20.000 an. Ich dachte, ich hätte eine Stärke von, was war das? 1,2 Millionen. Aber hier steht ja nur 20.000. Ich glaube, den hätte ich dann noch nicht geschafft. Ich glaube, den hätte ich dann noch nicht geschafft. 1 Minute zu 30 Sekunden, geht's los. 1 Minute zu 30 Sekunden, geht's los. Und wir schauen nochmal schnell hier durch. Das wäre der dann. Dann können wir ja noch einmal hier. witnessesiedlung. Und Weltkarte. Vielleicht noch mal das hier sammeln. Maschieren. Boah. Okay, und los, fahrt hierher. Warum heißt das Einsammeln eigentlich Versammeln? Hm. Da gehen wir los. 1 Minute 38. Okay. Raid gestartet. Wetter verbunden hat. Forschung, Kampf, Wissenschaft. Jawohl. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Er macht gleich die nächste Raid. Was ist das hier eigentlich? Öl? Cool, das habe ich noch nicht. Das ist wahrscheinlich hier der nächste Platz. Weil ich habe hier nur Stahl, Holz, Nahrung. Kommt wahrscheinlich noch Öl. Na, wo bleiben die denn? 25 Sekunden noch. Da sind sie. Event endet in 33 Sekunden. 33 Sekunden. Das Event endet in 33 Minuten. Ach, Sekunden. Jawohl. Ah, meine Kind da lang und seine Kind da lang. Wow, nicht so schnell. Wie weit weg ist er? Der ist ja... Der ist ja... Guck mal, ich bin schon... 24 Kilometer entfernt. Und er ist die Zeit nur in 5 Minuten gefahren, ne? Bah, keine Ahnung. Er war auf jeden Fall sehr, sehr weit weg. Jawohl. Da komme ich nicht mehr ran heute. Dann wird nichts. Jetzt muss ich auch noch einen Infizierten töten. Aber wenn ich bei den einen, den der Raid mitmache. Bei denen hier. Das wird doch für mich dann auch 10, oder nicht? 30 Sekunden. Ich kann mal hier nachschauen. Da. Meine Belohnung. Einsamme. Yesa! Schneller, schneller. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6. 2, 1 Okay, jetzt nehmen wir mal hier dran teil, beitreten Kann ich das nicht? Truppel senden Die Zeit ist so knapp, du musst deinen Marsch beschleunigen, um die Raid rechtzeitig zu erreichen Bist du sicher, dass du dieser Raid beitreten möchtest? Abmarsch Beschleunigen Bäh, wie soll ich denn das machen? Mist, wie soll ich das denn machen? Die Hälfte war 50 Minuten Na gut Dann werde ich mal sagen, das war's für heute Ich sammle noch schnell hier meine letzten Punkte ein Allianzkrieg Ja Bringt bei mir ja nichts Ich bin zu weit weg Guck, die drehen schon wieder um Okay, da ist ein bisschen doof gemacht bei den Spielen Na, was soll's Ähm Spende Schau nochmal bei Spende nach 20 Sekunden Danach haben wir Mission Spionage Das war 19, das geht nichts Na gut Vielleicht kann ich ja nochmal hier was Infizieren Er arbeitet noch Labor War Einen Ok Da noch ein paar Leute produzieren, ausbilden, trainieren. Das war es für heute, ich werde das Spiel jetzt verlassen, ich hoffe ihr hattet Spaß, ich muss noch mal ein Ticket abholen, was ist hier nochmal, ne, ok, hier ist nochmal was zum einsammeln, das Video war ein bisschen lang heute, aber kein Problem, für mich einsammeln. Gut, dann wende ich das Video jetzt so hier, hole mir noch mein Ticket ab, ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß, Ticket noch einsammeln und dann bis zum nächsten Mal, tschu tschu.